Hallo und herzlich willkommen zurück bei Among the Sleep. Ja, beim letzten Mal sind wir ja hier stehen geblieben. Wir haben uns ein bisschen verkrochen hier, wo das Bild ist. Wo war es? Da, genau. Ich muss auch gestehen, ich habe ein bisschen Angst, aber alles kein Problem. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Ja, wir müssen den Schlüssel finden. Den haben wir jetzt noch nicht, aber wir haben das Puzzleteil. Dann suchen wir jetzt mal den nächsten Schlüssel. Am besten ohne dieser blöden Kuh zu begegnen. Nur, das hört sich ja jetzt schon wieder sehr verlockend an. Was haben wir denn da? Müssen wir da vielleicht rüber? Äh, ja, ich krabbel heute. Ich sage ja, ich bin ein wenig verängstigt vom letzten Mal. Weil die hat mich doch ganz schön zugerichtet, die Alte. Aber, das ist ja alles genau das, was ich möchte. Bisschen Angst haben. Bisschen erschrecken. Ist eigentlich genau das, was ich suche, was ich möchte. Ähm, ja. Schauen wir einfach. Falls ich schon meine... Dreizehnte? Ja, meine Folge Murdered, die euch etwas verwundern wird, online gestellt habe. Tut's mir leid. Was ist denn hier los? Alkohol? Na? Das sieht schon sehr seltsam aus, diese Bilder. Die beruhigen mich nicht. Nein, nein, nein. Im Gegenteil. Die machen mich fertig. So, jetzt müssen wir mal gucken. Keiner da. Geh weg. Kannen wir da hochklettern? Nein, können wir nicht. Oh, der atmet so. Achso, aber stimmt, weil er erschöpft ist. Wir schieben das mal darüber. Damit wir irgendwie an den Schlüssel drankommen. Na? Ja, wir hören's nicht klopfen. Geh weg. Geh weg. Na, das geht auch nicht. Na? Jetzt, 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 jetzt. Okay, wir klettern jetzt am besten da drauf. Und da drauf. Und dann hören wir's nochmal klopfen. Habt ihr sie gesehen? Geh weg. Geh weg. Bitte. Sie ist noch da. Sie ist noch da. Sie ist noch da. Es ist zu laut. Sie ist noch da. Sie ist da. Ist sie weg? Ich glaub, sie ist weg. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. 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 Bist du weg? Ich mag dich nicht. Okay, wir müssen jetzt einfach ganz schnell weg hier. Okay. Bereit. Bereit. Wir wollen dich nicht. Wir mögen dich nicht. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Es wird schon wieder laut. Es wird schon wieder laut. Es wird schon wieder laut. Ich find den Weg nicht. Bitte. Okay. Alles gut. Alles gut. Oh, da ist was zum Verstecken. Oh, schnell, 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 schnell. Ich hör schon wieder. Ich hör schon wieder was. Sie ist schon wieder da. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Oh, nein. Geh weg. Bitte. Wir haben Angst. Teddy, bitte hilf uns. Oh. Wir gehen erst raus, wenn dieses laute Geräusch weg ist. Da. Wir hören es nämlich. blub, 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 blub. Ich hör es atmen. Okay. Weiter geht's. Weiter geht's. Es kommt schon wieder. Es kommt aus dem Wasser. Eine Wasserleiche. Okay. Okay, okay, okay. Da ist wieder was zum Verstecken. Attacke. Oh. Okay. Nächstes Versteck. Ja, ähm. Ich sag ja, ich hab heute etwas Schiss. Viel Schiss. Wie man merkt. Okay. Schnell, 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 schnell. Komm, 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 komm. Komm. Komm schon. Verstecken. Okay. Puh. Ich hör schon wieder so ein Geräusch. Ah, wir müssen hier weg. Okay. 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 Boah. Meine Güte. Sie ist schon wieder da. Sie ist schon wieder da. Sie ist da. Fenster hoch. Komm, komm, komm. Schnell. Und weg. Okay, wir müssen uns verstecken. Wir müssen uns definitiv jetzt verstecken. Irgendwie sowas. Schneller drunter. Okay. Boah. Meine Güte. Bitte. Okay. Jetzt ist es wieder leise. Wir haben das Puzzlestück. Komm, lass uns hier raus. Wir sind da her. Okay. Was ist da? Oh, mein Herz. Oh, mein Herz. Oh Gott. Bitte. Oh, ich habe Angst. schnell, 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 komm, komm, komm. Boah. Meine Güte. Ich habe überall... Ich habe überall Gänsehaut. Man sieht das leider nicht, aber... Meine Güte. Letztes Puzzlestück. Diese blöde Mistkuh, ne? Okay. Und nochmal in den Wald. Ach, nö. Ich schaue wieder in den Wald. Bitte. Ich will da nicht hin. Aber wir müssen. Wir müssen heute. Wir müssen. Ich höre schon wieder laut. Es wird schon wieder laut. Geh weg, bitte. Bitte, geh weg. Bitte, bitte, bitte. Wir kommen hier nicht weg, weil ich zu viel Schiss habe. Oh, Mann. Ich will kein zweijähriges kleines... Oh, Gott! Meine Güte. Ich bin aber auch heute, ne? Von wo? Oh, Mann. Okay, 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 okay. Bis dahin ist schon mal ganz gut. Mann, putz dir mal die Nase. Jetzt schnaufst du... Oh, 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 oh. Meine Güte. Ich würde das heute gerne alles lockerer durchziehen, aber... Naja, wenn ihr dabei auch einen Spaß habt. Viel Spaß dabei. Ich hab gerade irgendwie nichts zu lachen. Wisst ihr? Und Teddy? Der sagt gar nichts dazu. Da kommen wir nicht rüber. Okay. Vielleicht da hinten irgendwo. Jetzt wird's schon wieder so laut. La, la, la. Wir lassen uns nicht ärgern. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Du kommst uns nicht in die Quere heute. Oh, schnell unter dem Schrank. Mama! Die Scheiße. Boah. Boah. Dreh durch heute. Ich werd nix zum Verstecken. Ich werd nix zum Verstecken. Boah. Da müssen wir hin. Da müssen wir hin. Wir schaffen es. Wir schaffen es. Wir schaffen es. Wir schaffen es. Bitte, komm. Bitte. 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 Schneller. Boah. Boah. Ist es weg? Wir müssen da unten durchbestimmt. Okay. 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 Ich glaube, es kommt gleich schon wieder. Aber bis dahin, bis das kommt, sind wir hier weg. Seht ihr? Schnell weg hier. So. Bäh. Ja, endlich. Mami. Hi. 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 Das ist doch schon mal fein. Schnell da durch. Na, hops. Geschafft. Boah, meine Güte. Habt ihr eigentlich auch das Spiel gesehen, das Finale? Schmeiß ich mal grad so rein. War das nicht krass? Also, dieser Schiedsrichter, den hätte ich ja auffressen können. Der war ja gar nichts für mich. Also, so viel Adrenalin hatte ich auch noch nicht. Das war krass. Aber es hat Spaß gemacht und ich bin ganz, ganz stolz auf unsere Jungs, dass die das gemacht haben. Oh, Tür zu. All the time, okay. So, stimmt, dann fehlt uns nur noch ein Teil. Das ist doch schon mal gut. Hey Teddy, kommst du auch endlich mal? Wir haben dich die ganze Zeit gesucht. Du warst nie bei uns da. Findest du das in Ordnung? Hm? Brauchst du gar nicht so unschuldig gucken. Ich hatte sehr viel Angst. So. So. Machen wir das zu. Drehen ein bisschen am Rättchen. So. Ich hab ja einmal Probleme beim Drehen hier mit den Dingern. Ich kann den aber nicht umarmen. Ich weiß nicht wieso. Ich kann ja noch mal gucken in den Optionen. Wenn da jemand einen Tipp für mich hat, bitte. Teddy umarmen auf F. Okay, dann versuchen wir das gleich mal. Ja, ich bin bereit, Teddy. Seht ihr, ich kann F drücken, aber bei mir passiert nichts. Oh. Hui. Hihi. Den Ball runtergeschmissen. Miau. Jo. Meine Güte. Das wird immer aufregender, das Spiel. Und immer... Schockhafter. Schockhafter? Schockhafter. Ich hoffe, meine Kamera läuft noch. Ja, die läuft noch. Haha. Ich hab wieder einen kleinen Spiegel an die Ecke gelegt. So, wo sind wir denn jetzt? Gucken jetzt nochmal, ob das geht. Ah. Jetzt geht's. Sehr schön. Okay. Haben wir jetzt verstanden. Teddy ist da. Teddy macht Licht, wie ihr sehen könnt. Das ist ganz praktisch. Wo sind wir denn hier? Das sieht ziemlich komisch aus, ne? Oh, was ist das denn? Ich find das schon wirsch. Ich sag ja, ich möchte kein zweijähriges kleines Kind sein. Also... Nee, lass mal. Brauch ich nicht. Will ich nicht. So. Klettern wir mal hier hoch. Na komm. Haben wir das auch. Da geht's nicht lang. Aber die Tür geht hier auf. Was stimmt denn hier nicht? Hä? Achso, das bin ich. Okay, jetzt ziehen wir den Stift hier mal raus. Vielleicht bringt uns das was. Ja, das hat uns definitiv was gebracht. So. So. Oh mein Gott. Was hier los ist, ne? Wahnsinn. Mann, 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 Mann. Ich sag ja, ich bin heute Schissbuchse. So extrem. Ich wiederhole mich heute. Sehr oft. So. Wo sind wir hier? Boah. Teddy. Mach was. Mach das alles kaputt hier. Was ist das? Eine Spieluhr. Ah, eine Errungenschaft war das. Okay. Noch was hier im Raum? Nein. Da sind ein paar Schuhe. Und eine Handtasche. Voll geschüttet. Mama! Es ist schon wieder da. Ich lege hier mal einen kleinen Break an und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat die Folge wieder gefallen. Und schön, dass ihr dabei wart. Tschüss. 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 Vielen Dank.